Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Wir sind endlich mal wieder in einem Tempel, im Eis-Tempel tatsächlich sogar. Äh, soll ich da direkt rein? Ne, komm. Wir gehen erstmal den offiziellen Weg. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt. So. Wir jumpen hier erstmal volle Kanöle rüber. Oh, das war... Das war schlecht. Jetzt aber, komm. Ne, das ist auch schlecht. Ah, Mann. So, jetzt aber. Wahnsinn. Top. Ich bin top. Also man kann doch die erstmal so zerlegen, ne? Kann man nicht. Man kann die nicht so zerlegen. Meine Fresse. Okay. Komm ich da nicht einfach mit den Hasenohren rüber? Leider nicht. Ich schiebe es mal ganz spontan. Auf den Controller. Jetzt aber. Meine Güte. Das lang gedauert. Okay, pass auf. Wir wandeln uns einmal zurück. Ballern den da weg. So. Mana? Kein Mana. Hauen den hier weg. Gibt es erstmal die erste Schatzkiste. Ist eine Skulltee. Alter. Das war ja ein Krampf hier jetzt. So. Feen kann ich halt erstmal voll vergessen. Ocean Symbol. Ja, ich könnte jetzt hier reingehen. Mach ich halt einfach mal. Da geht es hoch. Auf der anderen Seite ging es auch hoch. I don't know. Wir machen einfach mal alles auf. Ich meine ganz unten gibt es ja auch Zeug. Achso. Okay. Das war der Raum. Ich denke mal, da wir die Feuerpfeile schon haben, können wir einige Räume skippen. Kann das sein? Hm, hm. So. Magie ist gut. Hm, hm. Zack. So. Da gibt es erstmal die erste Schatzkiste für. Äh, was ist das? Und dann wahrscheinlich... D-d-d-d-d-d-d-d-d. Kann man sich hier auch irgendwas versauen? Überlege ich gerade. Das ist eine, äh, Schlüsselkiste. Eine Keykiste. Nee, das ist so fehl. Ah. Ja. Okay. Ähm. So. Da geht die Tür erstmal auf. Frage ist... Die hat mich jetzt in diesen komischen Raum geführt. Mit einem Schalter. Aber was... Was hat der Schalter gemacht? Hm, hm. 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 Tausend Räume. Ich hole mir mal eben noch hier ein paar Krüge ab. Hm. Also ich gehe... Stark davon aus, dass wir hier sowieso nicht weit kommen. Und vielleicht auch keine Items bekommen. Mann, ich fahre jetzt das Ding nach oben, oder? Ist das schlau, das Ding schon nach oben zu fahren? Ich würde das später machen. Ich glaube, das ist besser, oder? Komm, ich springe hier erstmal runter. Und gucken wir mal von unten an... ...was man hier so machen kann. So, guck mal. Hier kann ich nämlich auch einfach hochfliegen. Pa, 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 pa. Kann man hier noch so machen? Man kann hier einfach wieder rausgehen. Huh. Ansonsten gibt es hier auch, glaube ich, nichts zu holen. Nee. Okay. Aber wir können hier ganz unten in dem Raum... ...gibt es auch nochmal so einen Schalter. Gibt es auch eine Schatzkiste. Eine Fee. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Hi. Hier gibt es Schatzkiste. Für den Schalter? Ja. Okay. Das ist aber... ...ne Billo-Schatzkiste. Schauen wir uns trotzdem mal kurz an. Ja. Eine Fee für Majora's Mask. Naja. Nehmen wir mit. Okay. Ansonsten... ...können wir hier, glaube ich, erstmal wieder nach oben. Ja, wie gesagt, wir können hier einen Schalter aktivieren. Ansonsten haben wir hier ein, zwei, drei Räume. Vier. Was macht der rote Raum? Wo hat der uns hingebracht? Okay. Der Gelbe? Okay, hier war ich noch nicht. Alles klar. Hier kann ich doch als Zora einfach hoch, oder? Ne, tatsächlich nicht. Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Schatzkisten. Ähm. Zwei Stück sogar. Was haben wir da hinten? Was haben wir da Schönes? Ah, wieder nichts Gutes leider. 20 Rubine. Nehmen wir mit. Und oben entsteht dann später auch noch was. Hm, 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 hm. So, aber hier preparen wir ja quasi nur, oder? Okay, da entsteht auch direkt die Schatzkiste mit einer Fee. Ach, Mann, oh. Ich brauch doch gar keine Feen. Kann ich hier hoch? Guck mal. Ich glaub, normalerweise ist das nicht möglich. Weil normalerweise hast du halt noch nicht den... den Zora-Move drauf, ne? So, Feenummer zwei. Ja. Kriegt mir halt nix. So, was können wir hier machen? Okay, 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 okay. Ich mach hier erst mal... Ah, das ist ne Schlüsseltür. Juuu. Ja, das bringt mir glaub ich nichts, aber ich schmelze es trotzdem einfach mal. So, dann einmal alle Gegner töten. Da oben ist ja auch ne Fee drin, soweit ich weiß. So, das war er. Hi. Mh, 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 mh. Na los, Kumpel. Was denn jetzt? Nicht den ganzen Tag Zeit. So, da mal wieder ein Schlüssel. Ein Key. Ah, mein Feuertempel. Schön. Lohnt sich ja fast mal wieder rein zu gehen. Sechs. Schön. Da, 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 da. Ich glaube, da könnte man jetzt vielleicht sogar schon zum Boss gehen im Feuertempel. Äh, mit dem Stein müssen wir... Was müssen wir mit dem Stein machen? Ist das nur Rückweg? Okay, da ist wieder ne Fee drin. Ich weiß nicht, lohnt sich das jetzt, die schon zu holen? Bleiben uns die Feen auch erhalten, Leute? Weiß jetzt jemand von euch, ob die Feen auch erhalten bleiben, wenn wir dann die Zeit zurückspulen? Oder ob wir die nochmal neu einsammeln müssen? Das ist halt die große Frage. Wir probieren es einfach mal kurz aus. Also, ich nehme sie mal mit. Einfach damit ich weiß, ich habe hier nichts verpasst, aber ich glaube nicht, dass wir in dem Durchlauf hier... Aua. ...den Run abschließen werden. Da bin ich irgendwie... ...noch nicht von überzeugt. So, dann holen wir uns mal ein paar Bomben raus. Genau, einmal da oben. Das sieht auch so hässlich aus, ne? Die Grafik. Normalerweise ist die nicht so. Okay, ich gehe hier direkt weiter hoch. Ich glaube, normalerweise hätten wir jetzt einmal... Ah, ne, ist gar nicht hier. Ich dachte eigentlich, wir müssten hier die Position einmal verschieben, aber ne, ist gar nicht. Das sieht aus wie... Was ist denn da los? Hier kann ich auf jeden Fall ohne Feuerpfeile hin. Guck mal, hier ist auch außerhalb des Raumes eine Schatzkiste. Ich glaube, mit dem Auge der Wahrheit kann man hier auch irgendwo hinjumpen. Ich mache hier mal kurz alles kaputt. Ist halt auch ein bisschen ärgerlich, dass wir die Feenmaske noch nicht haben. Hallo? Tusch. Ja. Guck mal, da ist auch ein Schlüssel. Ah, ist das Schlüssel Nummer zwei für den Dungeon? Sieht was so aus. Der schwebt nur ein bisschen weit oben. Oh Gott. Ne, für ein Wassertempel. Okay, cool. Fehlt mir halt trotzdem noch die Wasserstandsveränderung. Aber ja, das ist was Feines. Und hier haben wir was. Was ist denn das? Mach mal auf. So. Ist das auch noch Schlüssel? Oder ist das Fee? Fee. Äh? Nummer vier. So, aber unter dem Schneehaufen hier müsste auch noch was Schönes sein. Leider nichts so Schönes. Aber immerhin, wir haben schon ein bisschen was bekommen, ne? Beschweren müssen wir uns, glaube ich, nicht so. Hier ist wieder eine Schlüsseltür. Ich weiß nicht genau, wo ich mit der... Wo ich mit dem Schlüssel ansetzen soll, Leute. Das ist für mich gerade ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt eins hochgehe. Da ist auf jeden Fall nicht so viel los. Ich meine, bis zum Boss kommen wir eh nicht. Ah, ist schwierig. Soll ich hier meinen Schlüssel benutzen? Und da haben wir auch noch einen Schlüssel. Der bringt mich aber zu mehr Schatzkisten, oder? Nee. Okay, das ist, glaube ich, der... Ah, okay. Damit... Ja, ich glaube fast, den sollte man nicht benutzen. Weil der bringt uns, glaube ich, in den Hauptraum, der Schlüssel. Oh mein Gott. Ja, den benutze ich hier. Genau. So, ich hole einfach mal die Feuerpfeile raus, Leute. Ja, das war der Shot meines Lebens. Und wir kürzen hier einfach schon mal ab, das Ganze. Also hier gibt es auch wieder Feen, glaube ich, in der Decke, ne? Wenn man unsichtbar, äh, die magische Lupe verwendet. Das Auge der Wahrheit. Aber den Raum hier können wir jetzt, ehrlich gesagt, einfach skippen. Skipper. So. Hier gibt es auch eine Schatzkiste. Ich glaube, da drinnen. Tatsächlich. Ich habe aber das Auge der Wahrheit nicht. Da könnten wir sonst mal reingucken. So, jetzt wird es wieder eklig. Ah, keine Ahnung. Hat die ganze Zeit nicht so gut geklappt. Okay. Schön. So, dann könnten wir ja quasi jetzt mal hier links und rechts. Wir können aber auch weiter hoch. Machen wir mal kurz den. Ba, 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 ba. Okay. Den Raum haben wir also auch noch. Hier gibt es auch nochmal zwei Schatzkisten zu holen. Wenn ich das richtig sehe. Und hier können wir das Auge. Und da fährt jetzt hier eine Plattform hoch und runter. Genau. Aber hier müsste es auch zwei Schatzkisten geben. Da oben ist noch eine. Wie komme ich denn da ran? Aber hier gibt es auch so unsichtbare Dinger, ne? Was ist denn das? Ein Herzteil? Ich glaube, das ist auch Herzteil oder Fee. Unten ist auch eine Fee. Lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht hier unterzugehen, oder? I guess no. Vor allem weiß ich ja nicht mal, ob die Feen gespeichert bleiben. Deswegen, ich gehe mal hier weiter. Sondern ich gehe da rüber. Irgendwo müsste jetzt auch der Miniboss demnächst kommen. So, rein da. Das ist doch der Miniboss, oder? Yo. Äh, wie war denn das? Einfach Pfeil und Bogen, oder? Ach, Spirit Drax wieder. Schön. Äh, Pfeil und Bogen. Let's go. Theoretisch kann ich mich doch einfach hier in die Ecke stellen, oder? Au. So, jetzt werden es mehrere. Tolle Cutscene. Wahnsinn. Beautiful. Kann ich den auch mit dem Schwert schlagen? Geht das? No, das war's schon. Easy peasy lemon squeezy. So, hier normalerweise Feuerpfeil. Oh, wir kriegen tatsächlich ein, äh, Kernitem. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich bin gespannt. Hm. Auch was Schickes, Leute. Auch was Schickes. So, dann machen wir nämlich das mal zu unserem ultimativen Stück. Cool. Ja, und das ist eigentlich noch nicht zu Ende. Wir können noch ein bisschen weiter vorn, ran schreiten. Ich glaube aber tatsächlich, wir machen dann später im Feuertempel weiter. Wir haben zwei neue Schlüssel im Feuertempel. Und ich weiß halt nicht, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Das ist halt die große Frage. So, hier können wir jetzt erstmal weiter nach oben gehen. Und können vielleicht... So, da fehlt mir noch ein Schlüssel. Ähm, wo ist denn das? Das könnte klappen. Das ist, glaube ich, auch eine Schatzkiste drin. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da eine Fee drin war. Aber es ist eh... Ja, ich sag mal, es ist eh jetzt vorbei. Auf den Etagen. Passiert nicht mehr so viel. Zumindest nicht in meiner Vorstellung. Jo, geil. Ach, eine Skuldi. Eine Skuldi ist hier drin, ne? Nice. Ja, das haben wir doch ganz gut gemacht, oder? So, schön. Die nehmen wir mit. Jetzt ist die Frage... Äh... Was sagt denn die Karte? Wir haben hier noch einen Raum mit zwei Kisten. Ansonsten ist da oben beim Boss nur noch einer. Ich könnte jetzt eigentlich mal versuchen... ...die ganzen Dinger hochzufahren. Aber das müssen wir später eh nochmal machen. So, warte mal. Hier ist noch ein Raum mit zwei Schatzkisten? Hä? Ich verwandle mich mal ganz kurz zum Dejou. Und wir fliegen mal eine Runde. So, und dann... Äh... Ja... Verschaffen wir uns nochmal ganz kurz einen Überblick. So, hier? Jetzt ist die Frage halt, wo bin ich gerade? Warum sehe ich mich nicht auf der Karte? Wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich mich dann? Okay, das war der Raum. By the way, ich mache hier auch mal ferores Sturm hin. Ich hoffe, das ist ganz smart. So. I don't know. Wir haben es einfach mal gemacht. Und der Part ist auch gleich rum. Äh, na, 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 na. Okay. Ähm. Also, wir sind jetzt da auf der Karte. Oben. Und rechts rum müsste es zwei Schatzkisten geben. Also, sprich, da. Da gibt es zwei Schatzkisten. Hä? Da war ich ja eben drin, oder? Nisch. Ach ja. Ich erinnere mich. Ja, da oben gibt es halt ein Herzteil oder so. Unten gibt es halt, äh, ja, das andere. Viel weiter werden wir aber nicht kommen. So. Ja, ich glaube, das war es hier, Leute. Ich denke, mehr wird hier nicht passieren. Hm. Ja, ich glaube, vorher sind wir hier fertig. Boah, gute Frage. Was können wir noch machen? Oben gibt es halt noch ein Herzteil. Äh, Auge der Wahrheit. Wäre da aber schön von Vorteil. Okay. Und hier sind wir dann auch durch. Hm. Okay. Wir könnten jetzt hier halt noch den Schalter hochfahren. Weiß nicht, wie sehr das was bringt. Aber eigentlich müssen wir ja zweimal hochfahren, oder? Oder? I'm not sure. Ich guck mal. Pass auf. Wir gehen nochmal ganz kurz hier rein und fahren das Ding einmal hoch. Keine Ahnung, wie weit wir kommen. Vielleicht tricksen wir ein bisschen, wenn wir verrohres Wind aktiviert haben. Und vielleicht sind wir da ganz schlau. Und können uns irgendwie hochcheaten. Aber irgendwann müssen wir es eh nochmal machen. Weil wir haben den Bosskino nicht. Guck mal, das fährt nämlich ganz nach oben. Und vielleicht... Das ist jetzt tatsächlich eins zu weit oben. Das ist jetzt tatsächlich eins zu weit oben. Okay. Okay. einfach nochmal hoch. Wo ist die entstanden? Ich glaube da unten drinnen, in dem unsichtbaren Feld. Ähm. Ich jump einfach mal hier runter. Und hau mal die drei Dinger weg, oder? Weil dann kann ich mir ja da einen Weg bauen und kann zumindest noch in den nächsten Raum voranschreiten. Das sollte klappen. Mh. So, wenn ich jetzt hier den wegpansche und unten den wegpansche, sollten wir... Oh Gott, das war knapp. Genau, sollten wir zumindest da in die Eisberge reinkommen. So, den Raum hier rechts, den kann ich dann leider erstmal nicht erfüllen. Da fehlt mir der Schlüssel. Aber ansonsten... Boah, Alter. Wie knapp schon wieder. Ansonsten sind wir noch ganz gut durchgekommen, aber mehr geht leider nicht. Bisschen Mana wäre geil. Schön. Jo, bin zufrieden, Leute. Wir haben das mitgenommen, was ging. So, da haben wir jetzt auch noch einen Schalter, theoretisch. Schaffe ich das mit einem richtig schönen Jump mit den Hasenohren? Pass auf, ich mache hier auch noch mal vor dem Wind. Oder Sturm. Ich weiß nicht. So, und dann haben wir das hier schön in einer Folge abgeschmiert. Oh Gott, bin ich überhaupt nicht gesprungen. Warum bist du nicht gesprungen? Return. Wie komme ich denn da hin? Springt der nicht vom Eis? Okay, ich muss da rüber und dann mit der Maske... Mit der Maske. Mit der Dekomaske, ja. Muss ich fliegen. So. Man liebt es. So. Alles klar. Rechts oder links? Rechts oder links? Äh. Ich gehe erstmal da lang. Und würde aber sagen, Leute, wir machen erstmal in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren und schreibt rein, ob wir hier noch was krasses finden oder nicht. Tschüssi.